Xiaomi verpasst dem Mi 4i eine Neuauflage. Die größte Änderung ist die Prozessorgeschwindigkeit, die vervielfacht sich nämlich und auch die GPU ist wesentlich stärker. Wir wechseln von einem Snapdragon 615 auf einen Hexacore Snapdragon 808, der ordentlich Spielpower mit sich bringt. Falls ihr zum ersten Mal zuschaut, ihr seid bei ChinaHandys.net, ich bin Jonas und ihr seht mein Unboxing zum Xiaomi Mi 4c. Los geht's! Zunächst zum Zubehör, wie bei Xiaomi üblich ist nicht viel dabei. Wir bekommen einen chinesischen Lada-Adapter mit einem Adapter für deutsche Steckdosen und das USB-Typ-C-Kabel ist auch mit dabei. Zusätzlich noch zwei Display-Schutzfolien und das war's. Zum Design hat sich im Vergleich zum Mi 4c nichts geändert, aber wir gehen es trotzdem nochmal durch. Wir haben eine Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite, Licht- und Nährungssensor, Ohrmuschel und die 5 Megapixel Frontkamera. Auf der Unterseite die drei üblichen Android-Sensor-Tasten zurück, Home-Taste und Optionstaste. Alle drei sind beleuchtet. Die Verarbeitung komplett Kunststoff, allerdings zeigt Xiaomi hier eindrucksvoll, wie hochwertig ein Kunststoff-Smartphone sein kann. Nachteil, Rückdecke kann nicht entfernt werden, aber das Smartphone fühlt sich an wie aus einem Stück gefertigt. Der Kunststoff ist angenehm weich, komplett resistent gegen Fingerabdrücke und fühlt sich keineswegs billig an. Mit einer 5 Zoll Größe liegt das Smartphone super in der Hand. An der linken Außenseite haben wir den Power-Knopf, leiser, lauter Taste, problemlos im einhändigen Betrieb zu bedienen. Rückseite verfügt über einen Dual-LED-Blitz, 13 Megapixel Rückkamera und ein Geräuschunterdrückendes Mikrofon. An der Unterseite Lautsprechergitter, das Mi-Logo und der USB-Typ-C-Anschluss plus Mikrofon. Auf der Oberseite haben wir einen Infrarot-Sensor, mit dem kann man beispielsweise den Fernseher steuern, Klimaanlagen und den klassischen Klinken stecken. An der linken Außenseite finden wir einen SIM-Karteneinschub, der zwei Mikro-SIM-Karten unterstützt. Speicher-Version 16 oder 32 GB stehen zur Verfügung, der Speicher kann nicht erweitert werden. Gut, dann schalten wir das Smartphone mal ein und währenddessen besprechen wir nochmal die Hardware. Also wie eben schon erwähnten Hexacore Snapdragon 808. Das ist der gleiche Prozessor, der auch im LG G4 zum Einsatz kommt. Nur das Xiaomi hier für dieses Smartphone lediglich 250 Euro verlangt. Ansonsten 13 Megapixel Rückkamera, also alles bleibt ähnlich wie beim Mi 4i. Wir haben Full HD Display, geschützt durch Corning Concord Class. Das ist quasi einfach Corning Gorilla Class für OGS Display. Das Smartphone läuft mit MIUI V7 in der neuesten Version. Die deutsche ROM steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Das wird allerdings, wie bei Xiaomi üblich, nicht lange auf sich warten lassen. Und dann ist das System auch komplett in Deutsch. Das Tolle an MIUI ist schlichtweg, dass es endlos Support gibt. Also MIUI V7 ist jetzt gerade erst erschienen und steht auch für das günstigste Xiaomi Smartphone mit vollem Funktionsumfang zur Verfügung. Das ist einfach klasse. Man hält monatliche Updates, man hat eine Sicherheits-App, Theme-App. Man kann es komplett individualisieren und man hat einen Haufen coole Features. Dazu gibt es aber ein extra Video, findet ihr auch mal auf unserem YouTube-Channel, wo die ganzen Funktionen von MIUI erklärt werden. Ansonsten, wie gesagt, MIUI V7 basiert auf Android 5.1 Lollipop, also auf der neuesten Version. Und das Smartphone läuft extrem flüssig, ohne irgendwelche Probleme. Alle weiteren Informationen findet ihr im ausführlichen Testbericht auf www.china-handies.net. Das war es soweit zum Unboxing. Macht's gut!